Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und haben ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Warum Jesus und warum Gott? Könnt ihr mir das noch erklären? Also, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ich war Gott. Und dann hat Carol mir geschrieben, Gott. Also, er hat die Gott-Fragezeichen geschrieben. Dann habe ich geschrieben, Jesus-Fragezeichen. Dann hat sie mich gefragt, spielst du heute nicht mit? Das war irgendwann die Tage. Letzte Woche oder so. Und jetzt sind wir Jesus und Gott. Jesus und Gott. Jesus und Gott. Die Vanilla. Und damit herzlich willkommen in... Bei mir ist es ein bisschen länger her. Ich musste aussitzen, weil ich in Urlaub war. Oh, die Wind. Fast. Aber es hat sich eine Runde zusammengefunden und ich bin der Meinung, ganz Jesus dabei. Ich bin der Meinung, das wird was. Let's do Trixie. Es könnte sogar noch sein, dass wir hier dazukommen. Die stellen sich in der Schlange. Olli ist dabei. Es sind so viele. Eigentlich heißt es gar nicht mehr mit Freunden. Eigentlich heißt es aber fast mit Bekannten. Ich kenne die meisten gar nicht mehr hier. Ist recht, weil ich nicht da war. Ähm... Deswegen hoffe ich, dass noch ein, zwei alte Gesichter... Okay, Durin kenne ich. Aber Durin vertraue ich nicht. Ein, zwei Gesichter da noch dazukommen, die man zumindest von der Stimme her kennt. Also hier. So eine Annika. Sehr nice. Skalani. Oh, der redet eh nicht viel. Von daher ist das nicht so ein Verlust. Aber im Großen und Ganzen... Das kann ja witzig sein. So war ich ehrlich. Deswegen... Warum passiert denn nichts? Licht geht aus. Achso, ich bin zwar drückt, ich bin ein Idiot. Lange nicht mehr gespielt, wie gesagt. Bin ich der Erste? Ist das ein ganz normaler Mangasono, wo ich als Erster sterbe? Gott ist hier. Okay. Genau. Mal gucken. Also, Thierry dabei, die hat man schon. Trixie hat man schon. Münd ist mal wieder dabei. Let your free go. Frag mich nicht, wieso der hier ist. Erst recht bei Vanilla. Ähm... Wahrscheinlich mal Vimira spielen. Das könnte euch ja sein. Aber hier stimmt niemand. Weil wir spielen ja ohne Mods. Das heißt, es gibt keinen Kina. Das wäre natürlich witzig, wenn einfach alle Tasks gemacht werden. Ohne dass jemand tot ist. Ja. Hm. Ich glaube, Trixie ist Asenist. Trigo Jester, confirmed. Ach, ja. Sehe ich den Korn. Geht's euch ja nicht so. Wie hattet ihr denn einen schönen Tag gehabt? Der Gott ist tot. Mashi, ja, der ist tot. Ah. Oh. Also... Mashi... Also, ich bin eben in Admin rein. Vorne an dieses IT... Ne, wie heißt es hier? Code-Enter-Ding. Und da ist Mashi dazugekommen. Und jetzt ist Mashi tot und ich bin immer noch in Admin. Also, ich war gerade auf dem Weg hoch zu diesem, wo man das Raumschiff sieht. Ist das ein Raumschiff, da durch die Gegend schiebt? Ja, das ist ein Raumschiff, würde ich sagen. Ja. Und, ähm... Da liegt halt... Mashi oder Min? Ne, Min, genau. Du hast Gott reportet. Genau, die liegt da. Der liegt da. Wer ist eigentlich Jesus von euch? Carol, glaube ich. Ja, wer ist hier nicht mit Namen, ne? Dachte ich mir. Passt. Ja. Freut mich. Na gut. Kommst du bei euch? Alles gut? Keine Ahnung. Leto war, glaube ich, mit mir in Admin. Und Durin steht über der Leiche mit mir in Admin. Das stimmt. Dann kamen aber irgendwie drei oder vier Leute dazu in Admin. Ich bin jetzt gerade in Office rein. Okay, Durin, warum stehst du auf der Leiche? Ja, ich hab die gesehen und hab meine Aufgaben gemacht. Ja. Ich hab die gesehen und hab meine Aufgaben gemacht. Ich hab gekillt. Haben wir Anonymous Votes an? Ja. Ich kaufe das. Sehr schön. Normalerweise. Danke, Frigo. Hätten, du hast mich gewählt. Ich greife einfach immer nach der falschen Maul. Warte, wessen Kabel wurde da nicht durchgebissen? Tricksis. Tricksis. Aber warum bist du hier? Spielst du mit Laptop? Nee, ich hab jetzt so eine mini kleine Laptop-Maus aus dem Keller. Die hab ich gefunden. Aber sie ist winzig, selbst für meine Hände. Ähm, Carababa Balcony. Könnte gewendet sein, aber glaub ich nicht. Hat irgendwer ne Ahnung, wo Mashi liegen könnte? Ich hab die ganze Runde nicht gesehen. Was? 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 Das ist der, ach der Mashi ist tot. Hähä? Hehehe. Jo, gut ne. Also, ich will nichts sagen. Aber, es geht, es ist genau wie vorher. Zumindest, starrt er, stand dabei dabei nicht. Aber.. Er fliegt einfach bei.. 8. Die ist halb voll. Also, Olli hat mich natürlich gut erwischt. Schwierig, ich dachte schon ich überlebe die Runde, entmute mich schon, entmute mich schon und dann das. Nee, bei 4 Votes, da war er nicht, nee, der erste Runde ist auch schwierig, aber gut, bei 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 Das ist aber keiner, das ist schlecht für dich Oli. Er nimmt ihn trotzdem mit, oder? Nein, macht er nicht. Hm, interessant. Schwierig ist es nicht. Trixi, Thierry würde ich rausnehmen, Oli. Ja, Taro, es gibt keinen Sinn, warum er da drin bleiben sollte. Ist das denn doch einfach Carol? Wo ist Carol? Wo ist Carol? Sie Carol nicht. Ach, ist tot. Okay, also sind zwei da. Das ist schade. Drehhammer und Carol. Ich weiß, wo Jesus ungefähr liegt. Und zwar? Ähm, entweder Viewing Deck. Ähm, Viewing Deck. Nicht Viewing Deck. Ja, Startraum. Oder Reaktor. Die konnte haben. Ja. Im Startraum liegt er nicht. Nee, die liegt im Eingang zum Reaktor. Hm. Okay. Tieriyama müsste ja irgendwo oben liegen, weil ich bin eben, ich habe das Oxygen Ding oben im Greenhouse ausgemacht und bin dann runter und dann sind mir Tiri, Yatado und noch irgendwer. Er guckt da gerade Fernsehen im Hintergrund. Er guckt da gerade Fernsehen im Hintergrund. Na, neben so. Okay. Für mich sah es aus, dass du halt aus Atmen kommst. Aber okay. Also. Ich habe halt kurz drauf geschaut. Ich habe einen Punkt bei drüben gesehen über dem Deacon. Aber ich wollte halt lieber meinen Punkt machen beim Spawn Raum. Nicht Spawn Raum, äh, ganz links der, wo man die erste Runde spawnt. Ist das Launchpad? Ja, genau. Ich war die ganze Runde nur an Logs die letzter Zeit. Ich hatte Karim gedacht aber. Deswegen wusste ich, wo sie ungefähr liegt, weil sie nur bei Southwest gegangen ist. Und dann auch nie wieder gesehen wurde. Also. Du hast aber auch nicht Yatado irgendwie. Domi habe ich nur nördlich und dann südwestlich gesehen. Also ich weiß ja nicht. Theoretisch kann das halt sein, oder? Schafft er das in der Zeit, in der... Also er ist mir nicht direkt hinterher gelaufen. Was ist mit Olli? Also du kannst mir nicht direkt hinterher gelaufen sein, weil ich... Bin ich auch nicht. Links in dem Ding, in dem, in dem... Wie heißt das da? Gang... Letcho, ich leg mein Schwert in deine Hände. Dings gehabt habe. Oh, nicht schon wieder. Ich würde trotzdem gerne hören. Ja gut, wir haben keine Zeit mehr. Letcho, sag was an. Ja, ich bin... Ich gehe auf Yatado. Keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich super falsch. Ich weiß es nicht. Na gut. Ich gehe auf Olli. Hm. Ich glaube, das ist okay, die Votes. Mhm. Ich glaube auch. Mein Schwert ist... Ich habe alles richtig gemacht. Ja. Gutes Schwert. So groß. Ja Taro, gut geplayt. Am Ende noch Olli mit rein zu bringen. Aber... Ich sage... Frigo kriegt das. Frigo macht das. Trixi hat auf Dings geschossen. Trixi hat auf Dings geschossen. Eigentlich hat er schon verloren, oder? Wenn Frigo schlaue noch ist. Trixi hat auf Yatado geschossen. Oder zumindest ein bisschen. Hier... Letcho hat gecallt. Das machst du nicht, weil du Imposter bist. Er ist es selber nicht. Die sind zu viert. Oh, die hat eigentlich verloren. Ja. Es ist seltsam... Es ist seltsam Vanilla zu spielen, weil du auf nichts achten musst. Mhm. So'n Lover Engineer oder so'n schon. Das ist grandios. Ähm... Wie ich mein Glück kenne, wären wir in der ersten Runde Lover geworden. Ja. Oder Imposter. Du oder irgendeinen anderen Scheiß. Oh Gott, nein. Das kann du stiefen. Das kann mir das Traitor zu erinnern und dann so... Ähm... Hi. Oh, Carol ist Traitor. Komm, ich sag komm, gib uns Imposter. Schade. Lekro. Schade. Woher warst du? Oh. Oh. Guck mal, diese Runde eine Länge überleben. Ich glaube nicht. Aber okay. Olli, geh weg. Ja, ne, da hätte er, glaub ich, also... Mit ein bisschen nachdenken, was mir auch manchmal nicht reichtfällt. Äh, glaub ich, hätte man auf Olli kommen können. Hättest du noch gewinnen können mit, äh... Ganz einfachen... Kiln und... Da ist er. Wir stehen. Ne? Was hab ich? Die Kabel. Tier ist unten. Ach, das Räder. Ja. Wie kommt der denn her? Irgendwie... Setzer. Tier ist hier. Mit B. Y-Mitte, ähm, Yataro. Oh no. Achso. Das Y liegt im Y. Ja. Oh wow. Fast Meter hier. Mhm. Mhm. Marshi, erzähl uns eine Geschichte. Ich erzähl eine Geschichte. Oh. Haben Sie einen Verdacht, Herr Letcher? Nee, Marshi ist einfach so ein schöner Märchenonkel. Ja, aber es gibt nicht viel zu erzählen. Oh wow. Der liegt halt einfach im Y in der Mitte. Da gibt's... Das ist einfach vorbei. Ich hab keine Ahnung, wer es war. Okay. Das muss aber, ähm... Also, Tiri Yama... Also, wenn's jetzt kurzzeitig ist, weil vor so langer Zeit sind wir auch nicht hochgelaufen, dann ist Tiri Yama zumindest am Download. Und... Also... Ja, ich bin mit Marshi eigentlich fast zeitgleich hochgelaufen. Ich? Ich weiß nicht, wann du hochgelaufen bist, aber ich weiß, dass du vor mir an Atmetable warst, wo man die Karte macht. Ja, ähm... Ich hab mein Tascam auf einmal standest du neben mir. Ja, dann warst du vor mir abgenommen. Mhm. Mhm. Ja. Und der muss halt danach gefallen sein, weil sie... Ich hab mich wie im Barcode gerade gefühlt. Wir können ja auch in die Loks gucken. Wir können ja auch in die Loks gucken. Du hast dich wie gefühlt? Barcode? Nein. Was? Ich hab mich gescannt. Ach, du warst der... ähm... Madbabe, da wollte ich grad hin. Okay. Okay. Ja, da hab ich mich gescannt. Okay. Und dann bin ich zu Reaktor und bin jetzt in Dekontamination. Min wollte was sagen. Gott, sprich. Dankeschön. Bitte. Ich glaub nicht, dass es zumindest für den Kill Olli ist. Weil Olli war die ganze Zeit im Reaktor-Raum. Okay. Mit mir zusammen. Und dann war da auf einmal auch Trixi. Mhm. Äh, steht Trixi nicht am Atmetable? Ganz normal. Nee, Tiri. Ah. Hallo. Ich bin Trixi. Ich würde dann Dyrin fragen, wo er hingegangen ist. Ja. Also ich glaub, Olli ist danach ins Lab, oder nicht? Standest du nicht mit mir zusammen an diesem Kristall? Olli? Olli ist gemutet. Ich nenn das ganz schön wieder an dem Reaktor-Raum. Achso, okay. Olli, du bist gemutet. Ich, ich würd gern noch fragen, Dyrin, wo bist du hingegangen? Weil wir sind ja zusammen nach oben. Dann bin ich, äh, Hinterstatt Mashi am Admin-Table. Ich hab kurz meine Karte gemacht. Da war zwei... Es liegt aus, war zwei Punkte in Admin waren Mashi und ich. Einer am Licht, hat das Licht gefixt. War vermutlich Tiri Hammer, weil die danach da stand, aber du nicht. Nee, ich hab kein Licht gefixt. Nee, ich hab das gefixt. Das war schon an, als ich, ähm, hochgelaufen bin. Achso, ich hab das erste Licht, das hab ich gefixt. Hm. Beim ersten Licht war Tiri mit mir im Karretarier. Ach, Fregel. Wie könnt ihr God Voten? Was hab ich euch getan? Carol muss gevotet werden hier. Mehr Votes für Carol. Und weil er weiß, dass es ist, Fragezeichen? Hm. Interessanter Kill auf jeden Fall. Muss man überlegen. Für das gebe ich nochmal. Oh, ja. ī. キャNAICHE Keine Ahnung was das ist. Das ist wieder... Das ist wiederacedadion, was caido nicht erklärt. Das passiert halt so wenig, ne? Irgendwie trauen sie es nicht zu killen, wenn wir Otherworld spielen. Oh. Ja, weniger Worts für Carol. Fuck. Ich habe alles versucht. Jetzt Rixi. Ja, die liegt in Cafeteria im Prinzip neben dem Button. Okay. Also es ist mit mir, als das Licht ausgegangen, also wir standen an den Kabeln, an Storage. Und als das Licht ausgegangen bin ich noch in Storage rein, um meine Gießkanne zu holen. Und dann bin ich raus und wollte oben raus. Und dann habe ich einen Report-Button gekommen und habe dann geguckt, wo sie liegen. Dann muss es aber relativ ein Kill-of-Kill-Colon sein, weil ich glaube nicht so viel Zeit ist vergangen bisher. Das ist nicht so viel Zeit vergangen. Fregel, wo warst du gerade? Ich bin auf dem Weg zum Launchpad gerade, als das Lights noch raus war. Hatte ich jemand gesehen? Nö. Wahrscheinlich nicht. Ich habe ihn nur gesehen, wie der in Storage reingegangen ist und seine Wasserkanne zu. Und das war aber noch vor dem Lightsau. Das war ganz weit davor. Wasserkanne? Und Killkinder? Naja, in Storage. Naja, ich verstehe schon. Aber wenn du Wasserkanne zuerst reingehst, warst du oben schon? Ich war da ganz am Anfang drüber noch, bevor Lights ausgegangen ist. Fregel, Fregel. Du gehst rein in Yatados da und dann gehst du direkt wieder raus und dann kam schon Mashi durch die Logs und dann war wieder Report. Interessant, Fregel. Ich war zu dem Zeitpunkt Lights aus, weil ich war in Mad Bay Logs und ich weiß nicht, ob die Lights aus waren zu dem Zeitpunkt. Es kann sein, dass ich nach oben gelaufen bin, aber ganz zum Schluss, bevor Mashi reportet hat, war ich schon oben in D-Content. Falls jemand im Reaktor ist, dürfte er es gesehen haben. Wer war denn vor fünf Sekunden vorher der Punkt in Mad Bay? Ich, wie gesagt. Ja, genau. Wenn da keiner anderes kommt, kann Fregel den ersten Kill nicht gemacht haben. Moment, 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 Moment. Meinst du jetzt fünf Sekunden, bevor du reportet hast, die Runde davor? Grob, ja. Grob. Das könnte auch ich gewesen sein. Ah. Das könnte ein bisschen spät. Weil ich war oben im Reaktor-Raum und dann die links mit runter und dann halt in Mad Bay. Also das könnte auch ich gewesen sein. Aber dann müsstest du ja Fregel, nee, Fregel ist da links. Dann ist es ein bisschen spät. Dann müsstest du ja Fregel gesehen haben. Hab ich aber nicht. Hast du nicht. Hm. Das sind ein paar viele Votes. Verzwickte Situationen, Mr. Frixen. Es könnte auch einfach Min sein, ne? Fregel ist ein Poster. Er läuft nicht richtig. Ähm. Das ist halt so ein Ding. Ähm. Da ist da einer liegen. Okay. Liegt keiner. Huch. Trixi. Huch. Genau. Okay. Das klingt. Interessant. Ja. Es klingt. Es klingt wild. Ich hab den Report-Button. Ich bin nach Locker-Room rein. Ich weiß, wo Trixi vor drei Sekunden war. Psst, Frigo. Psst. Psst. Okay, entspann dich. Ich hab drei Sekunden in Coms und hab das Dings angemacht. Hier diese Power. Wie heißt das? Ja, du hast die Scheidung umgeschaltet. Ja, genau. Und ich bin, wollte in Locker-Room rein und hab nen Report-Button bekommen und wollte zurückgehen, um zu gucken, wo die Leiche liegt. Und dann ist Ledger von unten gekommen. Mhm. Und irgendwer ist aber noch da. Ich weiß aber nicht mehr. Ich bin grad schon davor in D-Con. Also, ich bin vor dir. Mhm. Ich bin oben. Ah, das ist okay. Ich hab aber die Leiche auch nicht gesehen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es Trixi ist, weil die da grad so entgegenkommen hat. Wenn Olli auch da war, dann würde ich das vielleicht wieder zurückziehen. Ja, und die war auch da. Das stimmt, ja. Mhm. Zumal, ähm, Frigo, hast du Olli gesehen, wo wir... Der kann niemals vor uns ein Launchpad gewesen sein, oder? Ähm, er ist auf jeden Fall mit uns gelaufen. Er ist hinter uns gewesen. Hinter uns? Mhm. Ich hab ihn in den Lichtkegel gesehen. Welche Tasks hat er denn gemacht? Ich weiß nicht. Er ist nach oben gelaufen Richtung Wind, glaube ich, zumindest. Ich hab ihn zuerst nach oben gelaufen und ich war in die Tasks gegangen. Danach hab ich ihn nicht mehr gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn gesehen, dass er in den Launchpad bei uns war. Was danach passiert ist, weiß ich nicht. Wenn ich als Autor angegangen ist, bin ich an dir vorbeigelaufen. Du warst... Frigo, bist du Michael-Jackson-Fan? Hm. Hm. Ein paar Songs sind gut, der Rest ist nicht so geil. Nee, weil du gerne Moonwalk machst. Let's show, hast du den gesehen, wo die Weiche liegt? Man in the mirror. Ich glaube, dass sie dort im Gang quasi zwischen Mad Bay und... Was ist das so oben drüber? Logs. Logs. Wie heißt das offiziell? Communications. Kommunikations. Dass sie da liegt. Also... Aber ich hab... Nur euch beide kurz... Dich hab ich zumindest aufblitzen sehen. Oli, hast du ja gerade gesagt, dass er dort ist. Schwierig. Aber wir sind sieben. Skippen. Skippen. Ok. Let's show for man in the mirror. Chapeau. Chapeau. Ok. Entspannt. Rego. Wir sind doch sieben. Warum macht ihr sowas, Leute? Ja. Wir kommen in der Runde. Ich glaube aber... Vielleicht hab ich ja auch... Frego gewartet. Chapeau. Ich glaub nicht. Ähm... Ich glaub stehen erstmal an der Ecke, weil ich dumm gucke. Wer ist hier? Gero. Nichts gesagt. Muss ich sagen. Ich... Äh... Also... Stimmt, Oli hab ich ganz vergessen. Gerade, wenn ich ehrlich bin. Ui. So tricksy. Oli kommt hoch. Ui. 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 So, wenn hat er jetzt gekillt. Ne, hat er nicht. Okay. Das Hand. Oh Gott. Nicht der Oli. Bleib heute ein bisschen auf Tango, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Dune Frigo. Launchpad ist ein Punkt. Launchpad ist immer noch ein Punkt. Ähm... Ähm... Frigo. Alter. Oh. Oh. Ich muss dich jetzt worden. Ist dir bewusst, ne? Ich weiß. Okay, gut. Ich weiß. Das seh ich auch ein, aber... Was hast du gerade getan, wenn ich ehrlich bin? Ähm... Wenn... Ich erklär die Situation, nachdem ihr mich rausgewortet habt. Okay. Nach der Runde. Das macht jetzt keinen Sinn. Kill-Button gespammt und vergessen in die Richtung? Nein, 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 nein. Ich erklär's dir nach der Runde. Okay. Also Frigo, äh, Launch, Richtung Launchpad lag die Leiche. Ja, ja, ich hab gekillt. Ich hab gekillt. Aber... Ja, ich muss doch trotzdem sagen, wo die ist. Hallo. Ja, okay. Ist okay. Tschüss, Frigo. Also jetzt direkt erklären oder danach dann? Ja, jetzt. Nach der Runde. Okay. Nach der Runde. Ähm... Und Frigo hat Olli den Schutz genommen, by the way. Ja. Das ist Olli. Wieder Olli. Das kann nur, ähm, ne? Nein, er macht die letzten Tage wahrscheinlich. Boah, ich glaub ich das zu Ende spiel lassen würde. Können wir da rausroten. Mal, wenn jetzt keiner kommt. Wie Sekunden sind das noch? 30. Ja, okay. Warum Let's Show? Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wetten, Killen und Ina Schnitzeln. Bis dann.